Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen in der neuen Folge von Dead Island 2. Wir kriegen einen Vorschlaghammer. Triff dich mit Zambi. So, Ermächtigung. Uiuiui. Okay. Server ist offline. Ja, ist egal. Geh mal an die Werkbank. Jesus Christ. Das ist eine seltene Waffe. Flüsterklinge. Kann ich das Ding upgraden? Ähm. Lass mal richtig hinsetzen. So. Kleinen Boost für physischen Schaden bei aufeinanderfolgenden Treffern. Gibt's Geschwächt? Ich mach hier. Das passt. Vorteile. Uiuiui. Kritische Treffer und schwere Angriffe bewirken mehr Schaden. Ist gekauft. Und hier machen wir noch laden schneller wieder auf und verbrauchen weniger Ausdauer. Die schweren Angriffe. Ist auch gekauft. Cool. Tja dann. Gehen wir wieder raus und treffen den Sam. Und töten noch ein paar Zombies auf dem Weg. Zum Beispiel ihn hier. Na du? Oh, jetzt hätte ich ganz kurz Viereck drücken können. Aber ja. Okay. Da unten sind sie. Oh, hi. Na, bisschen schönen Spaziergang haben wir. Einen schönen Nachtspaziergang, ha? Oh, verstümmel das Ding mal. Komm. Oh, noch mehr. Ach, aje. Äh, mach's auch. Oder du weißt nicht so gut? Wobei, ist okay. Ja, ja. Ist das Emmas Haus? Nee, oder? Nee, nee. Aufspringen. Nee, nee. Vielleicht war das so gut. Stand the fuck back. It's Hammer time. Open sesame. Eh, Incomen. Ich hab das. Get the gun. Sehr gut. He's got it. So who lived here? Das ist Glas. Ei, ei, ei. Ja, ist blöd gelaufen, ha? Na, super. Hier. Bring mal alles in die Luft, was du siehst. Und zack. Verstimmeln. Sehr gut. Den da auch, komm. Luft um meinem Zeugs rum, ist okay. Zack. Oh, diese Niki-Gat lebt ja immer noch. Hier, verstümmeln. Ey. Gerade noch rechtzeitig gewesen mit der Animation. Hoppala. Weiß ich so gut. Und ähm. Ähm. Lass mich mal in Ruhe jetzt hier. Hopp. Kann ich hier einen verstümmeln? Kann ich. Ja, gut. Oh, lass doch. Gib mir meine Sturiken. Komm. Du. War pissig. Hopp. Ja, gut. Ja, aber die hintere habe ich nicht getroffen. Das ist blöd, ha? So, jetzt lass mich mal in Ruhe, Herrgott, nochmal. Nöwohinig wahr sein hier. So, verstümmeln. Lebt's ja immer noch. Hoppala. Okay. Sind die, die Jägerinnen da? Hier, bitteschön. Ich erledigen wir so. Oder probieren's zumindest. Oh, shit. Jetzt ist Schluss hier. Okay, machen wir so. Einfach zuschlagen, komm. Einfach zuschlagen auf die Kollegen hier. Hopp. Oi, oi, oi. Herrgott. Ähm. Was willst du denn? So, schlag einfach zu, Mädchen. Komm. Kann doch nicht so schwierig sein. So, Medikit. Danke. Die ist grad verwumpa. Das ist super. Mach mal hin hier. Wie viele kommen denn hier jetzt noch? Herrgott, nochmal. Oh. Wie viele noch? Ui. Ist der letzte. Cool. Energy Drink tut immer gut. Auch im Real Life. Auch wenn's nicht gesund ist. Es tut gut. Es tut einfach gut. Hier noch was zum Mitnehmen. Äh. Ronnie. Ich nicht. Ah, das ist die Waffe, die ich vorhin geworfen hab. Okay. Jetzt hab ich hier bei den Fähigkeiten was. Ah, neun schlechter Slot. Okay. Ähm. Hier unter einem Schäd... Schadensboost. Schlag ein Zombie-Nüter um einen moderaten Schadensboost zu. Ja, aber. Ich mach das hier. Ist okay. Jetzt haben wir hier schönes Proteinriegel. Sehr gut. Noch ein. Und hier ist ein bisschen Schrott. Das ist nichts für mich. Wie sieht's denn hier aus, ey? Riesige, amerikanische Flagge. Warte mal hier oben. Ein Medikit. Das ist schon mal super. Ja, ich weiß, wie ich Zombie-Angriffen ausweiche, liebes Spiel. Aber danke, dass ihr's mir nochmal erklären möchtet. Find ich, äh, nett. Nickis Kopfgeldbelohnung. Hm. Na, wir gehen mal runter zu Sam. Rein hier. Booyah! Ronnie ist tot, Sam. Scheiße! Es ist nicht dein Geil, okay? Leute, die nicht wie uns, sind nicht hier ausgelassen. Ich habe ihm gesagt, aber er wollte, dass er der große Fixer sein. Ich habe mich nicht so lange zu schrauben, um ihn zu leben. Gebe eine Schäuze und wir gehen zurück mit uns. Natürlich. Schnapp dir deine Waffe. Oh yes, baby. Ein Sportgewehr. Ich packe mal nix hier rein. So, mit verschiedenen Distanzwaffen, blablabla, bist du für jede Situation gerüstet. Munition, sehr gut. Und hier? Ganz viel Munition. Ähm, wo ist denn das Gewehr? Hier. Wo sind die denn? Ah, da. Ja, gut. Ja, so macht es doch schon viel mehr Spaß, oder? Na, komm mal her. Oh, hoppala. Ah, ist noch jemand? Sehr gut. Äh, da. Was ist jetzt los? Na, komm. Guck mal da, hinter dem. Der soll mal explodieren, da. Komm. Danke. Noch mehr, okay. Oh boy, oh boy. Ähm, wirf mal hier. Heilige Scheiße, du. Ey, Malma. Weg hier, du auch. Ringen sie alle um. Äh, ich bin ja dran. Warst du aber durchgekommen? Ah, shit. Lebt der noch? Ja. Ach, du Scheiße. Ja, da kommen sie schon. Ah, 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 ah. Sicher nicht. Weg da, hopp. War er weg? Was, was, wer oder was schießt denn da auf mich? Der da, ein Kotzbrocken. So, oh shit, ich brauche einen Medikit. Danke. Ach, shit, ey. Wo sind die restlichen? Komm, die erst doch, oder was? Ja. Wirf mal, komm. Und weg da. Warum ist die Munitionskiste zugegangen? Energy Drink. Ja, ist gut. Na, komm, weg da. Ja, Gott. Ei, ei, ei. Ja. Elektroschocks. Immer noch nicht alle tot. So, komm jetzt. Sauber Schluss hier. Oder? Ganz viel Bargeld. Da lebt noch einer. Guck mal. Ach mal. So. Sonst noch jemand? Ne. Ja, ich brauche erstmal Munition, mein Freund. Wie komme ich denn an die? Den Scheiß muss man ja auch irgendwie finden. Naja. Wir wollen uns nochmal, oh, was haben wir hier? Bauplan. Schnelllader. Munition. Und meine Munition. Lagerspinnen brauche ich nicht. So, Sam. Hm. Hey, hey, having fun? I am at that. I'm nearly done. I'll see you back at the house. Sure, listen, Sam. I met a doctor in Santa Monica. The CDC needs my blood so as to make a vaccine. That's so. With guns, we can all make it there. One thing I've learned. The voice on the radio promising to fix all your shit never happens. We're doing just fine. So if Emma decided to come, you'd stay behind? She won't. Well, he might be surprised. Catch you back there. Schnapp dir Gute. Oh. Level 11. Sehr gut. Ähm. Kein Kopf, Zombie. Gehre zu Emmas Anwesen zurück. Okay. Zeig mal hier Fähigkeiten. Hier was Neues. Triff ein Zombie mit einem Wurfgeschoss, um einen Aufladeboost auszulösen, der mehrfach gestapelt werden kann. Nö. I don't need this. Ähm. Ja, das ist jetzt halt ein perfekter Cut, um den Part zu beenden. Daher machen wir das auch gleich. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.